Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal nicht um Lightroom, es geht nicht um Photoshop und es geht nicht um Fotografie. Naja, doch so ein bisschen schon. Aber ich habe mir gedacht, ich stelle euch heute mal ein neues Programm vor, was vielleicht eine Alternative zu Lightroom sein kann. Und ob das wirklich so ist, möchte ich jetzt hier in diesem ersten Video mal mit dir zusammen erfahren. Viel Spaß! Ich habe immer wieder in den Kommentaren gelesen, dass einige von euch zumindest unzufrieden sind mit der Preispolitik von Adobe. Das hängt mit diesem Abo-Modell zusammen. Viele sind nicht bereit, sich ein Abo abzuschließen und quasi regelmäßig Geld zu bezahlen für ein Fotoprogramm, was man vielleicht gerade als Hobbyfotograf gar nicht so oft nutzt. Und da sind viele etwas verärgert über die Preispolitik von Adobe. Was man auch in gewisser Weise nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite sage ich immer wieder, 12 Euro pro Monat, wenn man das mal runterrechnet, sind das drei Kaffee irgendwie bei Starbucks oder so. Und wenn man darauf verzichtet, dann hat man es schon drin. Oder man raucht halt zwei Schachteln weniger Zigaretten. Aber das alles mal dahingestellt. Natürlich gibt es viele Hobbyfotografen, die bei weitem nicht so viel mit der Bildbearbeitungssoftware machen, dass es sich wirklich lohnen würde, da monatlich Geld zu bezahlen. Und von daher sind viele auf der Suche nach einer Alternative, wo man vielleicht einmal was bezahlt und dann dieses Programm wirklich besitzt. Und da gibt es ein Programm, was ich dir heute mal vorstellen möchte. Das nennt sich Luminar 2018. 2018 ist also gerade neu erschienen. Es gab natürlich auch schon eine Vorgängerversion. Aber jetzt die neueste Version ist die Luminar 2018 Version. Und ja, ich habe einfach mal mit der Firma Kontakt aufgenommen, bzw. die haben mit mir Kontakt aufgenommen und haben einfach mal gefragt, ob ich ein Video darüber machen kann, ob ich da nicht einfach Lust drauf hätte. An der Stelle auch gleich die Information, ich kriege für dieses Video jetzt hier kein Geld, sondern das wird so sein, dass ihr einen Link unten in der Videobeschreibung findet, wo ich dann quasi so eine kleine Provision bekomme, solltet ihr dieses Programm kaufen. Das bedeutet, für euch gibt es ein bisschen Rabatt, falls ihr euch dazu entschließen solltet, dieses Programm zu kaufen. Das Ganze kostet 69 Dollar und ihr kriegt 10 Dollar Rabatt, wenn ihr über meinen Link geht. Das hilft mir am Ende so ein bisschen, weil ich dann ein bisschen Provision bekomme und euch tut es nicht weh, weil ihr dafür nicht mehr bezahlen müsst, sondern sogar weniger. Das jetzt nur mal ganz kurz als erstes, damit jetzt hier keine bösen Nachfragen entstehen. Und ich würde einfach mal sagen, lass uns mal dieses Programm genauer anschauen. Was sind eigentlich so die Stärken, was sind vielleicht auch die Schwächen von diesem Programm und wie kann man es überhaupt mit Lightroom vergleichen? Kann man es überhaupt mit Lightroom vergleichen? Das sehen wir jetzt hier mal am Bildschirm direkt. Also ich habe Luminar jetzt hier mal geöffnet. Das ist jetzt hier so der Startbildschirm, wenn du Luminar öffnest. Und ich kann jetzt hier als erstes auf Bild öffnen klicken. Das Bild, was ich jetzt hier öffne, das wirst du wahrscheinlich schon kennen, weil wir das auch schon mal bei dem Video 14 Fotografie hatten. Das Brandenburger Tor, ja, gespiegelt. Und ich dachte mir einfach mal, dass ich dieses Bild, das habe ich ja schon mal in Lightroom bearbeitet, das kann ich jetzt auch noch mal hier in Luminar bearbeiten und einfach mal sehen, wie da so die Vergleiche sind, wie die Bilder am Ende ungefähr aussehen. Zuallererst muss ich jetzt hier mal gleich sagen, ich habe jetzt hier gerade auf Bild öffnen geklickt und es dauert Ewigkeiten, bis dieses Bild geöffnet ist. Und das liegt jetzt hier nicht an meinem Rechner. Ich habe mir schon vorher mal auch andere Videos angeguckt von anderen Leuten, die dieses Programm mal geöffnet haben. Und die haben das auch gesagt. Also das Öffnen einer RAW-Datei dauert in diesem Programm wirklich ewig. Und diejenigen von euch, die sich über die Geschwindigkeit von Lightroom beschweren, sollten damit jetzt vielleicht nicht erwarten, dass das hier wirklich schneller geht. Das ist eher langsamer. Aber das ist jetzt ein Fakt. Also von der Geschwindigkeit her kann ich jetzt schon mal sagen, da ist noch Nachholbedarf. Ansonsten schauen wir uns das Programm einfach mal von der Oberfläche hier an. Wir haben jetzt hier natürlich in der Mitte groß unser Bild, was wir geöffnet haben. Dann haben wir hier oben eine Menüleiste, wo wir alle möglichen Menüs drin haben. Das kennt man auch so aus Photoshop. Hier gibt es ein paar Werkzeuge, zum Beispiel das Freitransformieren. Also wie kann ich ein Bild beschneiden? Dann kann man hier einen Klonstempel noch nutzen. Wir können das Bild freistellen und wir können radieren. Man kann verschiedene Plugins hier auch installieren. Also zum Beispiel gibt es hier verschiedene Sachen wie Intensify, Aurora, HDR zum Beispiel ist auch mit dabei. Und ich habe jetzt hier auch direkt drin, was das finde ich ganz cool, wirklich. Das habe ich jetzt nicht extra installiert, sondern die NIC Software. Die habe ich ja schon auf meinem Rechner installiert und die ist auch direkt hier mit importiert worden. Also das ist eine richtig coole Sache. So, dann haben wir jetzt hier auf der rechten Seite, das ist jetzt hier quasi so mein Bereich, wie auch in Lightroom, wo man so die Paletten hat, wo man bearbeiten kann. Allerdings ist das jetzt hier komplett leer und das hat einen Grund. In Luminar gibt es nicht nur diese Bearbeitungspaletten, sondern man hat zum einen Filter. In Luminar nennt sich das ganze Filter. Also wir können jetzt hier verschiedene Filter auf dieses Bild anwenden. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, total Anfängermäßig, so als würde ich irgendwie in, keine Ahnung, Instagram einen Filter drüber legen. Aber ganz so ist es nicht. Also es gibt tatsächlich auch solche Effektfilter, die wirklich so wie Instagram-Filter arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch zum Beispiel die ganze normale RAW-Konvertierung. Also das kann ich jetzt hier einfach mal zeigen. Ich kann jetzt hier auf Filter hinzufügen klicken. Und dann hat man jetzt hier alle Filter, die man hier drüber legen kann. Und da gibt es zum Beispiel hier die RAW-Entwicklung. Das finde ich auch ganz cool, dass man, wenn man jetzt hier rüber geht mit der Maus, dass man da immer gleich so eine kleine Beschreibung bekommt, was dieser Filter jetzt eigentlich macht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf RAW-Entwicklung klicke, dann siehst du hier, öffnet sich jetzt quasi, das ist jetzt wieder so ähnlich wie in Lightroom, dass man jetzt hier eine Palette hat, wo jetzt hier diese Grundeinstellungen von Lightroom drin sind. Nur halt jetzt ist das quasi ein Filter. Man nennt das Ganze jetzt einfach Filter. Und warum heißt das Ganze Filter? Denn es gibt jetzt noch Ebenen. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber Lightroom. Man kann auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und das ist schon wieder so was. Deswegen würde ich das nicht mit Lightroom vergleichen, dieses Programm, sondern es ist eher so ein Zwischending zwischen Lightroom und Photoshop eigentlich. Weil man kann mit Ebenen arbeiten. Man kann auch diese Ebenen maskieren. Und das sind ja so Sachen, die kann man eigentlich nur in Photoshop machen und nicht in Lightroom. Von daher ist es so ein Zwischending zwischen Lightroom und Photoshop. Und das ist schon richtig, richtig cool. Das Tolle ist nämlich, dass man jetzt hier, wenn ich jetzt hier eine weitere Ebene anlege, kann man entweder sagen, ich möchte eine Nachbearbeitungsebene einfügen. Das heißt, ich kann darauf wieder Filter anwenden. Und könnte die jetzt zum Beispiel auch mit verschiedenen Ebenen Mischmodi verblenden mit den unteren Ebenen, so wie auch in Photoshop. Ich kann aber auch ein komplett neues Foto einfügen und kann das dann zum Beispiel maskieren an bestimmten Stellen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte einen anderen Himmel haben aus einem anderen Foto und kann jetzt dieses Foto da rein importieren und dann einfach das Ganze ausmaskieren. Und das ist eine richtig gute Sache und ein deutlicher Vorteil gegenüber Lightroom. Aber das wollen wir jetzt hier in diesem ersten Video gar nicht so sehr jetzt behandeln. Es geht jetzt erstmal nur so um die Grundeinstellungen und was man alles damit machen kann. So, ich habe jetzt hier also mal die RAW-Entwicklung offen und ich werde jetzt dieses Bild einfach mal so ein bisschen bearbeiten, als würde ich das auch in Lightroom bearbeiten. Und dann kannst du dir einfach mal so einen kleinen Überblick verschaffen, wie das Ganze funktioniert. Also, ich werde jetzt als erstes hier mal so ein bisschen die Glanzlichter runtersetzen, die Schatten ein ganz bisschen aufhellen. Dann werden wir hier noch die Weißtöne. Jetzt muss ich gleich mal ausprobieren, das weiß ich mir selber noch gar nicht. Wenn ich jetzt hier die Alt-Taste drücke, dann funktioniert das genau wie ein Lightroom. Ich habe es mir fast gedacht, dass man jetzt hier auch wirklich tatsächlich diese Ansicht, diese Maskierungsansicht hat und man hier genau sieht, wann ein Schwarzpunkt wirklich an 100% schwarz hineinstößt. Okay, super. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Ich kann jetzt hier insgesamt noch ein bisschen Kontrast hinzugeben. Die Belichtung so werde ich noch ein Stückchen hochsetzen und dann werde ich am Weißabgleich noch ein bisschen was machen. Das Ganze ein bisschen wärmer ziehen und die Färbung so ein ganz bisschen Richtung Grün. Okay, so gefällt mir schon ganz gut. Klarheit. Kann ich jetzt hier mal gucken, wie Klarheit sich hier verhält. Ich würde sagen, es verhält sich ein bisschen anders als in Lightroom. Es sieht ein bisschen besser sogar aus als in Lightroom. In Lightroom bin ich ja immer sehr vorsichtig mit der Klarheit. Hier könnte ich schon mal plus 20 setzen. Was mir allerdings auffällt, ist, man kann Klarheit nicht ins Negative ziehen. Also man kann das Bild nicht weicher machen. Dafür gibt es dann wahrscheinlich wieder andere Regler. Ja, das muss ich jetzt hier gleich mal so ein bisschen erforschen. Da gibt es mit Sicherheit auch die Möglichkeit, das auch ein bisschen softer zu machen. Aber jetzt in dem Fall ist das nur ein Regler ins Positive. Okay, schauen wir einfach mal weiter, was man jetzt hier noch an Filtern machen kann. Ich werde jetzt hier mal schauen. Man kann Schwarz-Weiß-Umwandlung machen. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch noch Sättigung hinzufügen. Sättigung und Lebendigkeit heißt es jetzt hier. Okay, da bin ich mal. Ja, also das ist im Endeffekt genau dasselbe. Das heißt nur ein bisschen anders. Lebendigkeit ist ein witziger Name. Und ich übrigens habe ich hier unten jetzt auch noch Filtermenge. Das bedeutet, ich kann jetzt hier insgesamt alle Filter, die ich angewendet habe, von der Deckkraft noch mal reduzieren. Beziehungsweise wieder auf 100 stellen. Also das ist auch ganz cool. Da kann man dann so ein bisschen den Effekt wieder runternehmen, wenn man am Ende merkt, okay, man hat es ein bisschen übertrieben. So, dann gehe ich mal weiter hier auf Struktur und schaue mir mal an, was es jetzt hier noch gibt. Struktur, Stärke. Ja, da werden wir wahrscheinlich auch die Mikro-Kontraste so ein bisschen mehr reinkriegen. Ah ja, der arbeitet tatsächlich eher so ein bisschen wie der Klarheitsregler in Lightroom, weil den kann man nämlich auch ins Negative ziehen und dann wird das Ganze hier so ein bisschen weicher. Okay, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Wenn ich so einen Filter löschen will, einfach einen Rechtsklick hier drauf und dann kann ich hier auf Löschen klicken. Sehr schön. Okay, dann eine kleine Vignette werde ich noch um das Bild herum geben. Das kann ich jetzt hier einfach mal, indem ich es hier ins Negative ziehe. Und das sieht doch so schon ganz cool aus. So, dann werden wir mal schauen, ob wir hier noch was brauchen. Es gibt zum Beispiel die Detailverbesserung. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Detailverbesserung. Dafür werde ich jetzt hier auch mal näher ins Bild reinzoomen, mal auf die 100% Ansicht gehen. Und dann mir hier einfach mal die Details am Brandenburger Tor zum Beispiel anschauen. Und wenn ich jetzt hier in die Detailanpassung reingehe, dann habe ich jetzt hier drei Regler. Klein, Mittel und Groß. Und dann gibt es noch den Schutz. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, was es ist, weil es gibt auch noch einen Maskierenregel. Ich dachte jetzt eigentlich, dass man damit das Ganze so ein bisschen ausmaskiert. Aber offensichtlich ist das nochmal was anderes. Ich kann jetzt hier also, ich mache es jetzt erstmal ein bisschen doller, damit man es ein bisschen besser sieht, die kleinen Details herausholen. Ich kann die mittleren Details herausholen und auch die großen Details. Und da siehst du jetzt hier schon, ja, das Ganze wirkt jetzt sehr, sehr strukturreich. Also man darf das hier auf keinen Fall übertreiben. Von daher werde ich das Ganze jetzt hier wieder so ein bisschen zurücksetzen. Ich denke, irgendwie so kann man es schon lassen. Und wenn ich jetzt, ja, jetzt siehst du es erst richtig. Also es braucht ein bisschen länger, um es hier nachzuziehen, das Ganze, um die Effekte mal so reinzubringen. Von daher, ja, du merkst schon, die Geschwindigkeit, das ist nicht so das Optimum irgendwie. Aber so, was man jetzt hier so an Möglichkeiten hat in der Bildbearbeitung, das ist schon nicht schlecht. Aber das gefällt mir schon echt ganz gut. Okay, also maskieren. Ich kann das Ganze wieder ausmaskieren. Und Schutz, jetzt bin ich echt mal gespannt, was Schutz hier genau macht. Wenn ich das jetzt hier mal auf 100 setze, gucke ich mal, was passiert. Okay, dann wird das Ganze wieder so ein bisschen zurückgenommen offensichtlich. Da werde ich mich natürlich auch noch mal so ein bisschen befassen. Dann kann ich dir das auch in den nächsten Videos noch mal ein bisschen genauer erklären. Generell, wenn du Bock hast, dass Luminar so ein bisschen eine Reihe werden soll, eine Videoreihe werden soll auf diesem Kanal, dann schreib das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Dann weiß ich da Bescheid, dass du das gerne sehen möchtest. Und dann werde ich auch einfach ein paar mehr Videos zu Luminar machen. Also so ein bisschen Lightroom, ein bisschen Photoshop, ein bisschen Luminar und so weiter und so fort. Ja, also einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wenn du Interesse an diesem Programm hast. Würde mich natürlich freuen, weil dann gibt es auch einfach mal wieder ein paar verschiedene Videothemen auf diesem Kanal. Und das macht mir auch besonders viel Spaß. So, dann kann man das ganze Bild natürlich auch noch schärfen. Das ist auch noch auf jeden Fall eine Palette, die ich mir hier anzeigen lassen möchte. Und da gehe ich mal von der Stärke. Das kann man hier also bis 100 machen. Und dann sehe ich auch schon hier, wenn ich auf 100 gehe, wirkt das Ganze wieder sehr, sehr scharf. Das muss man hier wirklich auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also ich würde mal sagen, 50 finde ich auch fast noch zu stark. Ich würde eher so 25 ungefähr machen, damit man hier nicht überschärft. Und dann kann man auch den Radius hier nochmal so ein bisschen runtersetzen, um das Ganze so ein bisschen feiner zu schärfen. Hier unten siehst du übrigens immer, wenn hier angezeigt wird, Bild wird verarbeitet, dann ist dieser Filter noch nicht wirklich drauf angelegt. Und da muss man dann immer noch so ein bisschen abwarten. Was ich ganz cool finde, hier gibt es einen Regler, der heißt Halo entfernen. Das bedeutet, man hat jetzt offensichtlich die Möglichkeit, an den Rändern, wo normalerweise so kleine Halos entstehen, dass man die dann tatsächlich wirklich entfernen kann und man eine saubere Schärfung hinbekommt. Und das ist schon eine coole, echt eine coole Sache. Muss man wirklich mal so sagen. Okay, so, dann schaue ich mal einfach hier noch weiter runter. Hier gibt es natürlich auch noch die HSL-Tabellen. Hier gibt es die Kurven, Kanalmixer, Farbbalance und so weiter und so fort. Da kann man hier echt noch eine ganze Menge machen. Und ich würde aber behaupten, dass wir dazu ein paar mehr Videos einfach noch machen, weil das jetzt alles viel zu viel ist, um das in ein Video zu packen. Lass uns stattdessen noch mal kurz hier so ein bisschen auf die Ebenen eingehen. Ich mache jetzt den Filterkatalog hier mal wieder zu. Übrig, kann ich auch hier unten. Das sind jetzt hier so ein paar Basic-Vorgaben, die man auch anwenden kann. Die schließe ich aber allerdings erst hier mal mit einem Klick auf dieses Symbol, weil das brauche ich eigentlich nicht, weil ich bastle mir mein Bild einfach immer selber gerne so ein bisschen zusammen. Da brauche ich jetzt nicht irgendwelche vorgefertigten Filter. Und lass uns stattdessen hier noch mal auf die Ebenen gucken. Also ich werde jetzt einfach mal so als Test mal eine zweite Ebene erstellen und werde jetzt hier also mal eine weitere Nachbearbeitungsebene einfügen. Dann siehst du, dass auch dieser Filterbereich hier wieder komplett leer ist. Wenn ich jetzt hier die erste, die unterste Ebene anklicke, dann werden diese Filter hier wieder alle angezeigt. In der neuen Ebene habe ich jetzt noch keine Filter angelegt und von daher ist das jetzt hier eine neue Ebene. Okay, jetzt werde ich jetzt hier mal einen neuen Filter hinzufügen und das werde ich jetzt mal ganz bewusst machen, dass ich jetzt hier ein Schwarz-Weiß-Filter anlege. Ich glaube, der war hier ganz oben. Schwarz-Weiß-Umwandlung, genau. Schauen wir mal einfach mal, was passiert. Ja, also ich habe das ganze Bild jetzt hier mal Schwarz-Weiß gemacht und jetzt kann ich hier noch verschiedene Sachen machen. Ich kann jetzt hier noch mal Kontrast einstellen und so weiter, Klarheit. Und kann jetzt hier auch die Luminanz in den einzelnen Farbkanälen noch ändern. Und genauso könnte ich jetzt auch tatsächlich die Sättigung in den einzelnen Farbkanälen wieder reinbringen. Das ist ja echt ganz cool. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Gelb wieder reinbringen. Und dann siehst du schon, ja, dann kann man hier so relativ leicht ein cooles Color-Kiehen bekommen. Also es sind auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten gegeben. Was ich jetzt aber eigentlich machen möchte, ich habe jetzt hier einfach mal nur die Schwarz-Weiß-Wandlung angewendet. Und möchte jetzt hier diese Ebene einfach mal mit der unteren Ebene verblenden. Und du kennst es vielleicht aus Photoshop, wenn man eine Schwarz-Weiß-Ebene nimmt und die jetzt einfach mal verblendet. Und zwar zum Beispiel mit weiches Licht, dann entsteht extremer Kontrast. Und das ist jetzt genau das. Das wollte ich jetzt einfach mal dir demonstrieren, dass das wirklich so wie in Photoshop funktioniert. Eine neue Schwarz-Weiß-Ebene angelegt und das Ganze dann mit weiches Licht verblendet. Und dann hat man einen extrem coolen Kontrast. Und das ist doch richtig cool. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, der Effekt ist mir jetzt aber ein bisschen zu doll, dann kann ich hier einfach sagen, ich nehme die Deckkraft der Ebene so ein bisschen zurück. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mal auf, weiß ich nicht, 50% zum Beispiel setzen. Und dann kann man jetzt hier ganz genau kontrollieren, wie viel man von diesem Effekt drin haben möchte. Und das möchte ich einfach nur mal demonstrieren, dass es genauso funktioniert wie in Photoshop. Und das ist echt schon ein extremer Vorteil gegenüber Lightroom. Also, das war jetzt hier nur mal ein ganz kurzer, überweilig eine ganz kurze Einführung in das Programm. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann schreib es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Dann würde ich daraus eine kleine Videoserie machen und, weiß ich nicht, jede Woche eins oder vielleicht alle zwei Wochen ein Video auch zu Luminar bringen, um dir da einfach auch die Bildbearbeitung in diesem Programm etwas näher zu bringen. Schreib mir auch gerne mal deine Meinung über dieses Programm unten in die Kommentare. Was ist dir wichtiger? Willst du mehr Funktionen haben oder ist dir vielleicht doch die Geschwindigkeit wichtiger? Vielleicht wird ja an der Geschwindigkeit auch nochmal was gemacht. Ich denke und ich vermute und ich hoffe es auch. Denn dann könnte es tatsächlich irgendwann mal wirklich ein echtes Konkurrenzprodukt zu Lightroom werden. Aktuell finde ich wirklich tatsächlich das Problem noch, dass die Geschwindigkeit zu langsam ist und man kann auch nicht mehrere Bilder gleichzeitig öffnen. Wenn man jetzt zum Beispiel Hochzeiten fotografiert, dann hat man nicht die Möglichkeit, alle Bilder zu importieren, zu sortieren, verschiedene Wertungen zu geben und so weiter. Und dann auch vor allem viele Bilder auf einmal zu bearbeiten. Man muss hier wirklich jedes einzelne Bild öffnen und das ist doch schon sehr, sehr mühselig. Aber gut, ich glaube trotzdem, dass es für viele Fotografen, tatsächlich für viele Hobbyfotografen auf jeden Fall, eine echte Alternative zu Lightroom ist und ich möchte einfach mal deine Meinung dazu wissen. Okay, das soll es jetzt wirklich gewesen sein zu diesem Video. Einfach mal einen Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat. Und natürlich unten in die Kommentare schreiben, ob ihr mehrere Videos zu diesem Programm sehen wollt. Und natürlich auch den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an diesem Programm habt, einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es einen Affiliate-Link von mir. Da einfach draufklicken. Ihr unterstützt mich ein bisschen. Es kostet euch selber nichts. Wenn ihr sogar die Pro-Version, also die Kaufversion davon erwerben möchtet, dann gibt es auch einen Code. Der steht auch nochmal unten. Aber ich sage Ihnen jetzt auch nochmal Schäfer mit AE geschrieben. Dann bekommt ihr 10 Dollar Rabatt. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr daran einen Gefallen gefunden habt. Dann werde ich dazu weitere Videos machen. Ansonsten auch nochmal in meinem Online-Store vorbeischauen. Da gibt es nämlich Ende März jetzt ein Workshop in Berlin. Zwei Tage geht ja inklusive Rooftopping. Also wir werden auf ein Hochhaus hochgehen zum Sonnenuntergang zur Blauen Stunde. Und da einen fantastischen Blick auf den Alexanderplatz haben. Und ich würde sagen, die beste Location in Berlin, um Sonnenuntergangsfotos zu machen. Von daher schaut einfach mal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao. Ciao.